Musik Hallo! 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 Ja! Vielen Dank. No! No! Oh! 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 Man, das bleibt kaum noch zu viel. Das bleibt gar nicht in яung seasoning. Sie sind überzeugt! Holland ! Gospel in Caesarsol! HELLO! 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 HELLO!! HELLO! HELLO! HELLO!!!! HELLO!!! So, da stehen wir genau richtig an der Bushaltestelle in der Kurzakademie. Wir begrüßen euch mit einem tollen und kräftigen Düsseldorf. Wir kommen jetzt noch Präsident. Wie es sich gehört, die Prinzige hat eine Prinzenrolle dabei. Im Erster schneidet bei uns in der Altstadt die Eintrung, der zum Winter anerließ. Der schlägt immer für den Streit und wirklich übernutzte Fehl, der 15 Grad mit dem Sonnenfluss schießt. So, wir üben jetzt ein... Wer kommt hier nicht aus Düsseldorf? Nur Düsseldorfer hier? Ah, da hinten! Eine kleine Gruppe von 20 Kölnern. Die Eintrung, die Eintrung, das passiert nichts. Frau Feucht hat in den Weg in die Landung, das hat gefunden, ein Echweiler. Echweiler, genau! Schau mal, das hab ich auch schon gesehen. Das ist echt, echt, würde sie nicht lang. Echweiler, die Eintrung, 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.